Die Ausleseklasse der Stockhaarhunde Ausleserhunde, der bis bei diesem Hund sein mentales Verhalten sehr zu loben. Er hat laut Aussage des amtierenden Schutzdienstrichters sich in einen Level eingeführt. Wichtige Größe, korrekte Kursverhältnisse und die Vorsehung auf die Hinterhandlinge leiden. Glückwunsch zum vorzüglichen Ausleserkunfersteller. Die Ausleserkunfersteller 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 Musik Sie sind immer in der Größe. Einige Tiere, die Kinder und die Kinder mit einem kleinen Abenteuer. Der zweite Blut ist die Papere. Heute presenta 14 Maske und 11 Femmine. Sie presenten sehr den Blut-Patern, mit einem Blut-Brufismus in den Sessen. I soggetti sono espressivi, con buona pigmentazione, occhi scuri e buone teste. Sono solidi ed asciutti. Buone le proporzioni, buone angolature dell'anteriore e molto buone le angolature del posteriore. Con garanti solidi. Super!